herzlich willkommen zur datenschmutz linkedin show nummer 6 es geht diesmal um das thema urlaub wie sie auch bereits am outfit von co-moderator box erkennen können der artikel der woche ist ein kommentar von vodafone ceo hannes amets reiter zur eben diese woche zu ende gegangenen 5g mobilfunkfrequenzversteigerung in deutschland und dann haben wir natürlich auch wieder die status updates der woche mit dabei aber damit gleich zum ersten thema linkedin und urlaub wir haben momentan eine ziemliche hitzewelle in wien erwarten morgen 39 grad muss in solchen zeiten immer dran denken als ich mit meiner frau in las vegas war und wir uns dort carot top einen amerikanischen karatisten angeschaut haben der stand auf der bühne und meinte everybody tells me it's a dry heat reise it's a hot heat und hatte damals 47 oder 48 grad in las vegas in der wüste trockene hitze aber hitze bleibt eben hitze das gute an dieser zeit im jahr ist die urlaubszeit steht bevor und viele fahren zwei bis drei wochen süden in den norden auf jeden fall weg und da ist natürlich die frage wie geht man in dieser urlaubszeit am besten mit dem eigenen linkedin profil um anders als man das von e mail boxen kennt gibt es auf linkedin ja keine möglichkeit eine automatische abwesenheitsbenachrichtigung für nachrichten einzustellen und sozusagen die eigene abwesenheit oder den urlaub auf social media plattformen öffentlich anzukündigen ist bekanntlich keine besonders schlaue idee schon öfter vorgekommen dass da eben gerade dadurch ein brecher auf die eigene fährte gelockt wurden und man sozusagen leuten die das vielleicht besser nicht wissen sollten mitteilt die wohnung oder das haus wären jetzt zwei drei wochen leer das fällt also schon mal flach und dann ist natürlich die frage ist es überhaupt notwendig sich während der urlaubszeit mit dem eigenen account zu beschäftigen oder kann ich das einfach links liegen lassen ich würde mal grundsätzlich meinen das hängt sehr sehr stark davon ab wie intensiv sie linkedin nutzen wenn sie der woche zwei drei nachrichten und zwei kontaktanfragen anfallen wird einem dann nicht viel verloren gehen wenn man allerdings ein sehr sehr großes netzwerk hat und dann dementsprechend viel aktivität und viele nachrichten bekommt dann ist es vielleicht nicht die beste idee da zwei wochen lang gar nicht reinzuschauen social media ist ein sehr sehr kurzlebiges medium und eine nachricht die die innerhalb von zwei wochen nicht beantwortet wird die ist normalerweise so gut wie unsichtbar sowohl für für sender als auch für empfänger oder ich möchte jetzt natürlich niemanden raten sich da jeden tag ganz motiviert mit dem laptop an den strand zu setzen kann alles übertreiben das muss nicht unbedingt sein aber ich finde es schon eine recht gute idee die link den ab am smartphone zu installieren und wie gesagt man muss ja nicht jeden tag reinschauen aber es zahlt sich dann durchaus aus vielleicht wenn man gerade mal an einem wlan vorbei kommt einen blick darauf zu werfen gibt es irgendeine wichtige nachricht und die möglicherweise schnell beantworten ich habe nur bemerkt für mich persönlich in den letzten wochen und monaten also ein langsamer prozess und mittlerweile ist die link den nachrichten box für mich eigentlich gleich relevant oder nimmt den gleichen stellenwert ein wie meine e mail box da möchte ich ihm im urlaub auch nicht unbedingt ans zurückkommen und was sie von einer flut von nachrichten überwältigt werden ist natürlich letztendlich ihre persönliche entscheidung wie sie das handhaben und so ein digital detox hat natürlich auch was aber nicht online ist dann hat man ohnehin nicht die wahl haben den meisten urlaubsgebieten gibt es ja wlan und wer link den eben ernsthaft und intensiv nutzt ist meiner meinung nach schon ganz gut beraten zumindest gelegentlich mal einen blick in die inbox zu werfen und damit kommen wir auch schon zum artikel der woche diese woche ging in deutschland die versteigerung der 5g mobilfunk frequenzen zu ende da gab es eben vier bieter und es war die längste versteigerung aller zeiten bisher der ceo von vodafone früher a1 vorstand hannes ametsreiter hat am 13 juni also gestern diesen artikel veröffentlicht auktionsschäden reparieren bevor es zu spät ist er schreibt ihm hier dass die 5g auktion sehr viel kraft gekostet hat vor allem aber sehr viel geld und nämlich mehrere milliarden glaube über fünf milliarden hat wo davon dafür bezahlt und dass eben genau dieses geld in den nächsten jahren beim netzausbau in deutschland fehlen würde heute wissen wir das spiel endet mit großen schäden schäden die uns wenn wir nicht sofort gemeinsam die letzte chance ergreifen um sie zu reparieren noch viele jahre belasten werden da geht es also sozusagen darum der staat hat hohe einnahmen durch diese versteigerung und die mobilfunkanbieter müssen aber dann die infrastruktur zur verfügung stellen die verfügbarkeit des netzes ist wiederum sehr sehr wichtig für den wirtschaftsstandort hat zwei seiten die ganze diskussion würde mich interessieren wie sie da sehen kommentar unter dem video dann auch ein interessantes thema es gab ja die möglichkeit über whatsapp newsletter zu verschicken das geht demnächst nicht mehr am 7 dezember können bestehende whatsapp newsletter nicht mehr verschickt werden das war im wesentlichen messenger people anbieter die api genutzt hat eine option die von vielen unternehmen auch verwendet worden ist warum geht das ab dezember nicht mehr weil whatsapp eben diesen api zugang abdreht wird wohl auch damit zu tun haben dass das unternehmen vermutlich eine kostenpflichtige ähnliche lösung selbst anbieten wird sie wissen ja nächstes jahr beginnt whatsapp werbung vorerst mal in stories und da wäre es natürlich naheliegend dass das unternehmen auch andere services monetarisiert was ist daran und spannend nun der punkt dabei ist sozusagen whatsapp entscheidet sich keine newsletter funktion anzubieten bestehende kunden von messenger people dürfen noch bis 7. dezember 2019 newsletter weiterhin verschicken stellen sie sich vor sie haben da ressourcen und arbeit investiert und dann haben sie einen großen verteiler den kriegt man von whatsapp nicht mehr raus eine kleine anekdote für die betroffenen nicht besonders lustig und zeigt auch dass man gerade bei diesen kommunikationskanälen auf jeden fall auf eigene infrastruktur setzen sollte es ist immer sehr gefährlich bei diesen tripplattformen das kann dann einfach über nacht weg sein eine sehr interessante bzw sympathische recruiting aktion ist mir aufgefallen von claudia knut die arbeitet hier für die lutz abel rechtsanwalts gmbh in hamburg ist das glaube ich in hamburg und die haben hier auf linkedin ein meet and bowl gepostet es geht offenbar darum dass die kanzlei potenzielle neue junganwälte sucht und anstatt einen klassischen recruiting prozess zu starten laden die hier ein in die in die kanzleiräume und anschließend zu einem bowling finde ich eine sehr lässige aktion weil das im recruiting ja nicht üblich ist team building mäßig man geht mal mit den eigenen arbeitskollegen wollen aber potenzielle neue arbeitskollegen gleich in diesem umfeld mal kennen zu lernen gibt natürlich auch jeden experten und profiler die möglichkeit die leute in einem ganz anderen blickwinkel zu sehen und ja finde ich sympathisch wenn ich in hamburg wäre und einen arbeitsjob suchen würde würde ich auf jeden fall dort hingehen wollen dann habe ich zum abschluss zwei kurze müll videos für sie videos die beide mit müll zu tun haben zum einen in dänemark hat sich die regierung bzw das das umweltministerium eine gratis sportaktion ausgedacht sie bekommen hier im hafenbereich kajaks kajak ausrüstung natürlich auch badel und kleidung und so weiter gratis und einen plastiksack und diese menschen die kajaks ausleihen sammeln im gegenzug eben müll am wasser ein ja sicherlich eine option bin mir jetzt nicht sicher ob mir persönlich das müll einsammeln den kajakspaß nicht ein wenig verderben würde aber immerhin interessante aktion mindestens ebenso interessant ist dieser müllroboter den sie hier in aktion sehen der ist nicht nur mechanisch recht interessant gebaut sondern der sortiert eben hier die unterschiedlichen abfalltypen und spannenderweise gibt es hier natürlich ein visuelles system dem er gegenstehen erklärt und dahinter liegt auch eine ein neuronales netzwerk und machine learning so dass die die sortierquote immer besser wird könnte wohl die zukunft der mülltrennung beziehungsweise des müllrecyclings sein und damit sind wir auch schon wieder am ende der heutigen sendung co-moderator buchwerk und ich verabschieden uns und sehen uns wieder am nächsten freitag danke fürs zu sehen